hallo und herzlich willkommen in diesem video in diesem video möchte ich euch zeigen und erklären wie der yaml editor auf excel basis funktioniert und wie man diesen einsetzen kann grundsätzlich ist es so dass ihr nachdem ihr das programm das erste mal gestartet oder installiert habt noch keine yaml-datei erzeugt wurde diese müsst ihr erst erzeugen und einstellen und das möchte ich euch jetzt einmal erklären im standard profil also dem defrost profil ist beim starten beziehungsweise nach der installation wie gesagt noch nichts befüllt und das müsste natürlich erst noch tun das möchte ich jetzt hier nicht alles im einzelnen erklären aber ihr müsst das profil das war vollständig befüllen im oberen bereich findet ihr die verzeichnisse wo die dateien hinein gescannt abgelegt oder hinein kopiert werden die backup ordner und die output ordner im mittleren bereich findet ihr dann die einstellungen für die konvertierung und optionen datum und so weiter und im unteren bereich findet ihr dann den fehlerlevel und debug level zum beispiel bei dem ihr einstellen könnt wie dieser aussehen soll und man kann zum beispiel auch sehen ob regeln erfüllt werden oder nicht schauen wir uns ein parameter mal an im mittleren bereich gibt es sehr interessante die ocr optionen wo man einstellen kann die option wie der textleer erzeugt werden soll binde strich s nimmt den vorhandenen textleer vom dokument und binde strich f erzwingt einen neuen textleer im zu scannenden dokument das ist deshalb sehr interessant weil ihr dort die möglichkeit habt den vorhandenen textleer vom dokument zu verwenden oder wenn dieser nicht sehr gut ist einen neuen lea textleer zu erzeugen das ist deshalb sehr wichtig falls der vorhandene textleer nicht in ordnung ist das nächste ist das datum und rennzeichen was sie in dem unteren bereich finden könnt will dort bitte euer trennzeichen aus was er später zur umbenennung verwenden wollt und hier in dem fall auch das datum ja monatstag ist die einstellungen ihr könnt natürlich frei wählen was er machen möchte noch ein wort zum debug level es gibt in summe drei verschiedene level das ist natürlich aus dann der level 1 und der level 2 der vollständige debug level er bitte stellt für den fall dass ihr problem habt den level 2 ein und schickt dann diese protokolle oder lockt dateien dem stefan zu er kann dann an dieser dann sehen welche fehler bei euch aufgetreten sind so nun starten wir mal und erzeugen uns von der default profil datei einen klon und los geht's nachdem das profil geklont wurde müssen wir jetzt natürlich einen namen vergeben ich habe jetzt test 1 gewählt weil ich habe habe natürlich test schon und wir erstellen einfach mal das profil ihr könnt natürlich den namen wählen wer möchtet das ist natürlich euch überlassen das profil wurde jetzt geklont und es wurden alle einstellungen und einträge aus meinem default profil übernommen und wir schauen uns jetzt mal an was wir eintragen müssen bzw was auszufüllen ist zur last ist es natürlich wichtig dass ihr den gibt das quellverzeichnis in den ordner wechselt in dem euer profil stehen wird in diesem fall ist es test 1 und das profil mit dieser der ordner ist natürlich noch nicht angelegt worden das müssen wir jetzt nachholen und das machen wir jetzt hier im import ordner natürlich im übergeordneten ordner und wir wechseln zurück in die in den gui und man sieht jetzt hier wir speichern die einträge und das verzeichnis wird auch gefunden im nächsten schritt und schauen wir nach der jammel datei bei mir steht in diesem feld natürlich schon etwas drin das ist bei euch noch leer deswegen leere ich das mal und speicher das mal und dann sieht der zustand aus wie bei euch nachdem das gespeichert wurde sieht oder seht ihr den zustand der bei euch erscheinen wird das feld ist noch leer und im normalfall wird hier jetzt die texte einzeln eingetragen die ihr zur suche der dokumente verwendet man kann natürlich auch den ordner eingeben in diese die dokumente dann verschoben werden an dieser stelle möchte ich kurz auf das wiki verweisen in dem wir versucht haben euch eine hilfestellung zum ausfüllen und zu befüllen dieser profile zu geben unter punkt 3 ist dann auch die befüllung und die einstellung beschrieben die zu treffen sind hier ist beschrieben wie man die jammel datei erzeugt und wie man text einträgt wie man regeln erstellt und natürlich das ganze ist wirklich sehr gut beschrieben jetzt ist es natürlich so dass der einzelne eintrag von text und deren ordner natürlich nicht so komplexe strukturen darstellen kann wie eine jammel datei selbst da zum beispiel texte in verschiedenen dokumenten mehrfach gefunden werden oder in dokumenten die gleichen texte gefunden werden diese natürlich nicht gezielt umbenannt werden können und genau deswegen erzeugen wir uns jetzt hier mal eine jammel datei wir betätigen den button und erzeugen somit die jammel datei in dem von uns vorher angelegten ordner nach der ausgabe dass die datei erstellt wurde schauen wir uns das ganze nochmal in google an und überprüfen ob die jammel datei erstellt wurde und die steht jetzt in dem verzeichnis was wir vorher angelegt hatten hier sind wir in dem entsprechenden verzeichnis es wurden zwei dateien angelegt die backup datei und die eigentliche jammel datei die im moment noch leer ist und die die einzelnen erklärungen für die schlüsselwörter später bei mehr parameter benennten begriffe und auch deren values also die einträge die für jeweiligen wörter gelten beinhaltet im moment werde mit dieser datei natürlich noch nicht viel anfangen können weil diese datei natürlich noch leer ist und genau darum geht es ja in der jammel datei beziehungsweise in unserer regel datei dass wir diese jetzt mit regeln befüllen um unsere dokumentsuche durchführen zu können früher war es so dass wir uns diesen beispiel regelblock aus dieser jammel datei aus dieser ersten jammel datei die beim installieren oder erstellen neu angelegt wurde kopiert haben in andere textdokumente und dies ist natürlich extrem umständig wenn man experimentieren möchte und gerade versucht funktionierende regeln zu erzeugen da man dann diese aus kommentierung das kopieren das verschieben das erneute umbinden jedes mal händisch machen muss und das ist natürlich extrem aufwendig und nicht sehr einfach aus diesem grund habe ich die idee mit dem mitglieder gehabt der uns natürlich die arbeit etwas erleichtern soll und das ganze etwas user freundlicher gestalten soll ich möchte hier noch mal auf das wiki verweisen in dem unter beschreibung der schlüsselwörter die einzelnen schlüsselwörter oder auch parameter aufgezählt aufgelistet werden und genau beschrieben wird welche values für diese parameter zu befüllen sind im normalfall sind für eine regel zumindest der tag name und der search string zu befüllen alle anderen parameter wie condition multi regex oder isregex zum beispiel haben einen standard value dieser value oder diesen value könnt ihr hier im wiki oder auch in der beispiel datei finden und diese wird bei nicht verwendung durch synucr mit dem standard value belegt der jamel editor bietet euch eine kurz- und eine langschreibweise an bei denen die nicht befüllten values durch synucr dann später mit dem standard value belegt werden also noch einmal zur regel selbst ein regel ist dann vollständig definiert wenn der regel name der tag name der ja später zur benennung der datei verwendet wird und der search string in der regel befüllt sind dieser dient natürlich zur suche der entsprechenden begriffe im dokument also diese regel ist vollständig beschrieben wenn tag name und search string befüllt sind für die darunter liegende subregel oder die zugleichen anderen subregeln die noch kommen ist zumindest der search string zu befüllen alle anderen parameter sind optional aber werden dennoch gebraucht dazu in den späteren videos mehr in dem entsprechenden verzeichnis der jammel datei empfehle ich euch grundsätzlich macht euch von dieser jammel datei eine kopie ich habe mir angewöhnt diese jammel datei durch ein entsprechendes symbol in dem fall ein x für eine funktionierende variante zu kennzeichnen oder auch durch ein beliebiges symbol wie ihr möchtet weiterhin trage ich das datum ein der ablage damit ihr im späteren verlauf immer auf eine funktionierende jammel datei zurückgreifen könnt für den fall dass ihr sie auszusehen mal überschreibt weiterhin empfehle ich die jammel editor datei die excel datei in das verzeichnis zu kopieren da diese direkt aus diesem verzeichnis startet und den fad erkennt und auch beim speichern diesen fad wieder findet ich nenne sie teilweise so um damit beim speichern automatisch der richtige name und die richtige datei beschrieben wird deswegen auch die kopie der jammel datei wie vor uns beschrieben das soll es an der stelle gewesen sein und ich hoffe wir sehen uns in einem späteren video habt spaß und bis dahin ciao